Hallo Freunde, es geht weiter mit dem zweiten Teil von Thiefgold Mission, das Schwert. So, okay, erstmal wieder Faden finden, so, nehmen wir gerade das mal mit zum Essen. So, ich bin jetzt im ersten Stock. Sieht ja schon geil aus irgendwie. What the fuck? Was hat der hier für Fallen? Alter. Wäre ich jetzt hier durch die Tür gelaufen, wäre ich tot. Oder nicht tot, aber... Alter Schwede. Da ist auch noch eine Falle auf dieser Seite. Wahrscheinlich ist die Tür auch geschützt. Aber ich frage mich, wer baut so ein Haus, Alter? Wieso sieht das so komisch aus? Als wäre alles irgendwie auf dem Kopf und kreuz und quer. Was ist das für ein Haus, Alter? Also irgendwas stimmt mit dem Typ hier nicht, mit dem Konstantin. Das wird auch schon recht komisch hier. Kann ich das Feuer löschen? Wie viele Pfeile habe ich noch? Wasserpfeile. Oh, das geht gar nicht. Sehr komisch. Als wäre ich hier irgendwie unter der Erde. Ja, ich... Ja, okay, komm. Boah, wenn ich hier runterfalle, habe ich auch keinen Bock. Guck mal eine an. Krass. Sind da Druckplatten oder was? Boah, Alter. Die funktionieren also immer noch. Ah, das ist eine Druckplatte. Jetzt geht die Tür nicht auf wegen dem Schädel, Alter. Das wird mich verarschen. Zoll, Alter. Funktioniert das Ding jetzt noch oder nicht? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Ich schmeiße das Ding nochmal hier hin. Tatsächlich. Alter. Das Ding verfolgt mich. What the fuck, Alter. Okay. Wird nicht mal schnell. Alter, was eine... Kacke. Was ist das hier wirklich? Alles auf dem Kopf? Krass. Kann ich da rein? Oh, ja. Mit dem Schlüssel geht es. Aber die ganzen Wachen müssen da Bescheid wissen, weil... Jetzt weiß ich auch, glaube ich, wo ich bin. Okay. Krass. So. Was ist das hier, Alter? Irgendein komisches Zeichen. Irgendeine Rune. Boah, sag mir jetzt nicht, dass er hier reinkommt, Alter. Nee, da kommt er nicht rein. Gut. Zack mal her. Ja. Komisch. Komisch. Oh, das sieht mir auch wieder wie eine Falle aus hier. Da muss ich aufpassen. Pff. Oh shit. Pff. 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 Schau, wieder eine Falle. Überall fallen. Hier ist eine Falle, da ist eine Falle. Alter Schwede. Gefällt mir aber das Level. Hat irgendwas Geheimnisvolles und was Dämonisches hier. Wie mache ich die Kiste jetzt auf? Ich könnte hier rein. Warte mal, ich mach mal das Feuer aus. Komme ich hier rein irgendwo? Oh, geil. Ein Geheimgang. So. Krass. Okay, dann geh ich mal da hoch. Achso. Da war nur ein Goldbrocken. Aber immerhin war Gold da. So. Dann wieder raus. Da ist wieder eine Falle. Jetzt bin ich mal gespannt. Was ist das für eine Rolle? Schriftrolle. 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 Hier. Abendkurier. Und eure trägen Gesetze sollten sie hart bestrafen. Hat das was mit mir zu tun jetzt? Soll ich der Frau helfen oder so in der nächsten Folge oder wie? Eine Frau unschuldig im Gefängnis. Okay. Warum liegt das hier? Na, keine Ahnung. Alter, was ist das? Unheimlich. Okay. Ja, zu. Verdammt. Passt natürlich nicht. Passt natürlich nicht. Äh. Alter. Boah. Die Fackel war schon aus. Vielleicht gibt es da einen Hebel oder so? Nee. Okay. Noch eine Schriftrolle. Und ein Schlüssel. Zeig mal her. Was war das für eine Schriftrolle jetzt? Herr. Äh. Der in euer Gewächshaus eingedrungen war, wurde gezüchtigt. Er kannte die Regeln nicht und wird dort nicht mehr herumschnüffeln. Der in euer Gewächshaus eingedrungen war. Aha. Dieser Typ muss halt, muss ja sehr naturverbunden sein, wenn... Wenn hier überall so viel Pflanzen sind und so. Und wie nennt man diese Dinger nochmal hier? Die Gesichter gibt es doch auch im Garten. Manche Leute haben im Garten so Gesichter. So Baumgeister oder so. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Es ist schon sehr komisch, muss ich sagen, hier. Das alles hier. Stein. Vielleicht, äh, keine Ahnung. Hat der was mit, äh... Waldgeistern zu tun oder so? Mit Naturmagie oder keine Ahnung. Oder es ist einfach nur ein Freak, der irgendwas sammelt und äh... Mehr die Natur mag als die Menschen. So, warte mal, was ist das jetzt für ein Schlüssel hier? Was hab ich denn hier noch für ein Schlüssel gefunden? Ja. Hier geht es wieder runter. Oh. So, weiter geht's. Ah, schon wieder zu. Mann. Ah, Schlüssel. Und hier geht's hoch. Also geht's noch ein Stockheck höher. Gut zu wissen. Alter. Aufpassen, aufpassen. Krass. Ich könnte mal einen Heiltrank vielleicht, äh, trinken. Tja. Ah, hier war ich doch schon. Hier war ich doch schon. Hier geht's auch nach oben. Ich glaub, ich geh jetzt mal nach oben. Oh-oh. Sagen wir nicht, dass es wieder eine Falle ist. Aufpassen. Wo ist das? Alter. Oh. Verarscht. Oh. Mal. Alter, krass. Alles auf dem Kopf. Sogar die Flamme steht auf dem Kopf. Unheimlich, unheimlich. Das haben wir hier. Aber auch eine geile Baukunst, muss ich sagen. Ist ja auch machbar. In einem normalen Haus. So alles auf dem Kopf zu machen. Und man kann sich bewegen und so hier. Ist ja wie ein Boden hier. Mir gefällt das. Hier geht es noch hoch. Ich werde aber erstmal hier die normalen Wege überprüfen. Hier geht es noch. Krass. Wie das so aussieht. Ich speichere lieber mal ab. Ich habe jetzt in dieser Folge noch gar nicht abgespeichert. Ich habe hier irgendeine Kreatur lachen gehört. Das ist ja krass. Ich habe hier auf jeden Fall einen Haufen Leute rum. Das ist ja krass. Das ist ja krass. Und ich habe hier auf jeden Fall einen Haufen. Was ist das für ein ... Komm ich hier weiter? Was ist das für eine Kreatur? Alter, was ich da höre, Alter. Unheimlich. Alter, das hört sich alles so an, als würde da direkt jemand hinter mir laufen, über mir laufen. Ah, da war jemand. Hier ist doch jemand. Boah, Junge. Soll ich hier einen Überblick behalten. Aus jeder Ecke hört man irgendwas. Als würde ich beobachtet werden. So komme ich mir vor. Aber nicht von den Soldaten. Von dieser Stimme. Was für eine Stimme, Alter. Jetzt bin ich schon wieder hier. Ne, da will ich auch nicht hin. Boah, Junge. Wo willst ich weiter? Ich geh mal da wieder hoch. Oh. Ich hab auch nicht mehr viel Wasserpfeile. Verdammt. Ich dachte, ich hätte was gehört. Da muss jemand stehen. Hätte ich gleich mal hier Großpfeile hin tun. Jetzt bräuchte ich Wasserpfeile. Verdammt. Jetzt war ich nicht, ähm, ja. Ach, Mann. Ich muss mal kurz, äh, Nachricht beantworten. So, gut. Okay. Ich muss weiter. Kann ja nicht campen. War ich das oder hat sich da was bewegt? Verdammt. Na egal. Ich weiß nicht, was es war. Der guckt genau in meine Richtung. Wie soll ich das jetzt hinkriegen? Ich muss da irgendwie einen Pfeil hinschießen, wo der ist. Aber wie mach ich das? Oh, da ist jemand. Ist da jemand? Boah, Junge. Alter, ich geh mal wieder zurück. Ich hab mir das ganze Wohnen eingebildet. Boah. Aber es ist immer noch hell, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt hab ich schon zwei Fackeln ausgeschossen und irgendwie... Da stehen zwei Wachen, Alter. Fuck. Was für ein Ding? Äh, äh, Moospfeile hab ich leider gar keine mehr. Scheiße. Boah, wie komm ich jetzt weiter? Ich muss, glaub ich, da weiter, aber... Warte mal, ich geh mal hier rein. Nee, hier komm ich auch nicht weiter. Verdammt, verdammt, verdammt. Wie komm ich jetzt da oben bei den zwei Deppen da weiter? Hier war ich noch nicht. Oder? Oh, da ist einer. Oh, nee. Wer ist das da? Wo ist das? Wo ist das? Also gut, wo steht hier? Oh, oh, er kommt. Bleib soft! Ah! Ah! Oh, einer weniger. Ging leider nicht anders. Alter, da oben ist das Schwert. Wird vielleicht stark bewacht, ich weiß es nicht. Wie komm ich jetzt da hoch? Oh, da steht jemand. Da stehen zwei Leute, alter, verdammt. Das Ding wird so stark bewacht. Kann ich hier vielleicht hochklettern? Nee. Benug. Aber wenn du's Boarding voiren mit dem sind? Oh, Levi! Is da was? Oh. Oh. Wird Zeit, dass ich mein neues Schwert nehme und aus diesem verrückten Haus verschwinde. So, ein Schwert habe ich jetzt auf jeden Fall mal, aber wie komme ich jetzt hier wieder raus? Und ich stecke jetzt, glaube ich, fest hier. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Muss ich wahrscheinlich wieder runter in das Erdgeschoss gehen. Oh, ich habe ein neues Schwert, Alter. Das sieht geil aus. Das ist bestimmt stark, das Schwert. Gut, dann kann ich eigentlich wieder normal zurückgehen. Oh, come on. Oh, come on. Diese Auftraggeberin sagt mir besser, bei wem ich hier eingebrochen habe. Alter, was war das? Oh, das war knapp. Das Ding hat mich gar nicht getroffen. Danke. Noch ein Pfeil? Alter, eine Falle. Ich habe echt Glück gehabt, dass der Pfeil bei mir vorbeigegangen ist. Wo bin ich hier überhaupt? Da war ich, glaube ich, noch nicht. Ich muss mal... Alter. Diese verdammten Fliegen. Ich muss mal gucken, ob ich die wieder kriege. Da kann ich hinwehen? Ich bin hier. Es ist das erg estoy. Boah, Junge. Boah, das war knapp. Okay, ich muss hier auf jeden Fall runter. So, jetzt bin ich im ersten Stock, glaube ich. Hier geht es nach unten. Das Kichern habe ich vorher in hier nicht gehört. Das ist erst seit ich da irgendwie... ...in dem Gebiet von dem Schwert war. Und hier, ich kriege die Tür nicht auf. Ich habe auch keinen Schlüssel dazu. Keine Ahnung. Gucken, fallen, fallen, fallen. Ich habe keinen Bock auf mehr Fallen. Gut, hier war ich auch schon. Ah, das ist doch nicht der erste Stock. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Garten. Vordertür, Haupttor, Balkon. Wahrscheinlich muss ich wieder irgendwie aus der Außenmauer hier wieder raus. Irgendwie über den Balkon. Ach, guck mal eine an. Ich kann hier... Das habe ich gar nicht gewusst, Alter. Ich kann hier eigene Sachen hinschreiben. Boah, gut zu wissen, ey. Ich glaube, hier war ich aber auch schon. Ja. 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 Hier geht es noch weiter runter. Aber das war, glaube ich, die Tür, wo ich... Bin ich mit dem Kreis gelaufen, Alter. Was ist eigentlich im Keller? Das frage ich mich die ganze Zeit schon. Jetzt sollte ich einfach so... Was war das für ein Geräusch? Hm, da ist nichts mehr. Soll ich einfach eine Wache hier in K.O. schlagen? Vielleicht hat der Schlüssel dabei. Keine Ahnung. Hier, ich kann mich nirgendwo verstecken. Hab der einen Schlüssel bei sich oder nicht? Mann, das ist blöd. Hier kann man sich nicht verstecken. Der sieht mich garantiert. Scheint alles ruhig zu sein. Dann muss ich ihn wohl killen, Alter. Er bringt seine Sippe. Oh, der hat nur Gold bei sich gehabt. Oh, was haben wir denn hier? Scheint Fingers. Wieder ein Geheimgang? Oder komme ich da wieder in den Brunnen raus? Werden wir gleich sehen. So, geht da schneller. Ne, da bin ich wieder hier. Okay. Das war wohl nix. Das war wohl nix. Das war wohl nix. Noch ein bisschen was abstauben hier. Oh shit. Ich höre nichts besonderes mehr. War wohl nichts. Hier ist ein Einbrecher. Komm, weg, Junge. So. Ich muss wohl alle platt machen. Hat keinen Sinn. So, wo bin ich jetzt eigentlich hier? Die war ich noch nicht. Ah, da scheint der Ausgang zu rein. So, okay. Ich gucke trotzdem noch mal auf diese Seite, was da noch ist. Ich glaube, da war ich noch nicht, oder? Oh, was haben wir denn hier? Ein Safe. Kann ich den knacken? Oh. Geil. Gold und Heiltrank. Heiltrank brauche ich eh jetzt noch mal. Oder? Ne, komm, den spare ich. Ich bin ja schon fast am Ende, denke ich mal. Aber ich freue mich. Ich habe ein neues Schwert bekommen. So, ich gehe jetzt raus. Mal gucken, was passiert. Jawoll, Leute. Ich habe es geschafft. Geil. Okay, Leute. Das war's. Mal gucken, wie es weitergeht. Vielleicht finde ich raus, wer der Typ war. Und wer diese Auftraggeberin war. Und ja, es bleibt spannend. Bis zum nächsten Teil. Ciao, ciao.